Tyschka? Ja, in Affensprache, ja. Lass mal eine Affensprache in Ruhe, die versteht ja nächstes jeder. So, Versorgungskapsel. Was haben wir denn hier? Der Bouncer. Hätte es nicht sein müssen, aber nein. So, hier kommen noch Munition dazu und hier auch noch ein bisschen. Sehr schön. Schieß auf die Spore! Du hast doch gesagt! Nein, das scheiß Ding ab! Siehst du, selbst der größte Scheiß hat einen Nutzen. Deshalb haben wir ja auch dich dabei. Na, piss dich. So, weg mit dir. Ja, Gegengiftes umbringen, das ist praktisch, ne? Die Waffe sitzt nicht so da... Ich übernehme die Spitze. Nicht so mega. Ich öffne das Tor! Wäre nett, ja? So, den sehen wir nie wieder. Den sehen wir wirklich nie wieder. Geschafft! Wie kann man das Tor noch riefen, Alter? Verbogen bist... Hey, komm hier rauf! Ich brauch Hilfe! Shit! Alter, was ist denn das? Nein! Was für eine Scheiße war das denn? Dein Kumpel ist der Nachtisch. Wir müssen weiter. Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe. Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen. Du bist also ganz allein daraus? Wie du willst, Schwester! Aber ich... Meine Peitsche empfängt was! Ha! Dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal! Verdammt! Er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell! Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest! Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin! Ah, da! Ah, die hat's auch drauf, ne? Foto-Quang! Foto-Quang! Ich geb dir mehr Liebe, als du verkraften kannst, Punk! Ist du dir sicher, dass deine Kanone groß genug ist? Die Größe ist nicht entscheidend! Das kommt nur auf die Technik an! Dann glaub das ruhig! Komm in die Gänge! Ishii hat nicht mehr viel Zeit! Hammer! Alter Hammer! Aber... Die war für's echt geil! Also nur so... 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 zu Pfandzweck ist sie interessant! Alles andere kannst du mit dir vergessen! Komm her! Komm! So, tschüss! So, tschüss! Gegen Gips und zerstoffen! Wunderbar, ne? Idiot! Nimm das! Ah! Ah! Ah, ja! Oh, nein! Trickschuss! So, ich nehm' halt wieder die! Die! Alter, den Scheiß kann man eindrehen! Keiner hier! Alles frei! Ja, bringt euch gegenseitig! Ishii bewegt sich nicht mehr! Was sagt der drauf? Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun! Danke für den Optimismus! Du bist wirklich mitfühlend! Unbedingt, ja! So, da ist alles voll! Die Shotgun können wir noch ein bisschen aufrüsten! Da schmeißen wir noch was dazu! Und hier schmeißen wir auch noch was dazu! So, schon langsam und vorsichtig! Man weiß ja, die Waffe ist nicht schlecht, ja, aber... Naja! Huch! Sieht aus, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle! Das ist ungefähr wahrscheinlich, ja! Komm her! Alter, geh zur Pflanze! Nein! Was ist denn Scheiß? Geh weg von mir! Ist der herkomme? Furchtbar! So komme ich zu keinen Skillpunkt, wenn es so weiter geht! Ach so, die Pflanze ist schon im Arsch! Hallo, Roboter! Hallo, Roboter! Aua! Das muss noch etwas länger dauern, ne? So viele Roboter gibt! Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt vielleicht zwei oder drei verpasst, ne? Aber mehr nicht, würde ich jetzt glauben! Ich sehe zwar keinen, aber er würde auf jeden Fall sterben! Ach, die Pflanze! Kann man ruhig gucken lassen! So, ich nehme mal wieder die Waffe! Ein bisschen Abwechslung reinbringen! Oh! Ach! Ich war einmal, man hat sie jetzt verwenden können! Ich war einmal, man hat sie jetzt verwenden können! Die Waffe ist natürlich auch ganz cool! Ich weiß, ich soll nicht wieder umwechslend auf die andere? Auf die? Ach! Ach! Egal! Ah! Scheiße! Eine Sackgasse! Moment! Hörst du das? Was? Oh! Ein Helikopter! Banshee! In Deckung! Ach du Scheiße! Alter, ich gehe lieber in Deckung! Kann ich hier so gut abschließen, ne? Nette Konstruktion hier, Skalpenner! Banshee, sieht echt nice aus, ja! Boah! So! Nehmt das! Wenn du so bist, gehst du dich! Geht's jetzt! Oh ja! Die Zungen dieser Menschenfresser sind stark genug, um einen Hubschrauber runterzuholen! Vielleicht seid ihr ja verwandt! Nein! Oh, er hat eine Minigun! Was? Was? Ah! Sehr schön! Einendes Loch! Wunderbar! Durchgeknallte Freaks hinter jeder Ecke! Ja! Schwisch! Werdes, wenn du weggehst! Kommt noch was? Verschieben! Verschieben! 300 Meter! Wir sind bald da! Vorsicht! Menschenfresser lieben die Enge! Das Ding fasse ich nicht mal an! Naja! Ähm! Munition haben wir hier genug! Hier noch ein bisschen aufpushten! Ja, auch noch sehr! Sehr schön! Uh! Haha! Ja, verdammt! Wie nett! War daneben, ne? Ja! Nein! 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 Au! Schei... Alter! Das erste Mal gestorben! Ich glaube, ich spiele auf Normalen, ne? Oder so... Ich hab keine Ahnung! Aber schwer ist sicher nicht! Achso, die Waffe kann nicht jetzt sogar! 300 Meter! Wir sind bald da! Vorsicht! Menschenfresser lieben die Enge! Äh... Pfff... Pfff... Äh... Pfff... Ja, ähm... Ähm... Hier war das... Ähm... Hier kommen noch ein bisschen aufpushten... Sonst... Hier sagen wir's! Das Ding fass ich nicht mal an! Alter, z.B. ist das das... Ah, ja, verdammt! Machen wir die Säcke kalt! Ich schieß Zeit läuft ab! Weiß so! Wo kam er jetzt erst noch? Alter! Pfff! 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 so Kerzengranate hier ja was 80 als der Städte sind wieder vielleicht nicht bis zum Konzentrieren das wird sich auf den Stasten ist es hier auf der Konkurrenz die Konkurrenz an die 300 Meter in der Nacht Vorsicht Menschenfresser lieben die Enge das Ding fass ich nicht mal an mir kommt grad Prozent der Gedanke dass ich ja zusätzlich noch die Tasten die mit mehr machen wir die Säcke kalt die schießt Zeit läuft ab nicht alles alle ja dann leg's hin und so nachgeladen sehr schön und meine Detonationsinteressen warum sollte ich das machen ja Barmherzigkeit endlich wirstig 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 ich lasse ich mal leben ist mir zuvor gefressen aber jetzt ist mir egal diese stelle wie in einem mausoleum was ist das hier die meditationskammer der creeps wir machen keinen besonders nachdenklichen eindruck ich schieße die wahl ab man weiß ja nicht ja weg von mir dreckiges so wie es alter halte ich bereit wir sind genau über diesen dingen sei bloß vorsichtig vertrauen nichts und niemandem jede pflanze könnte verbunden sein wo zur helle marschieren wir hier rein keine ahnung aber von der scheiße die ich hier unten gesehen habe würde die der arsch auf grund ausgehen ach es werden immer mehr anscheinend so ich hoffe die motion brauchen wir nicht